Herzlich Willkommen zurück. Ja, nachdem wir Megafold gleich eine aufgewertet haben und zwar da hinten, bin ich mal hochgeklettert. Hier steht unser Core und da geht es hoch und hier ist noch so ein Kern drin. Den holen wir jetzt mal raus und schauen mal rein. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich schon 10 habe oder 11. Und dann sage ich erstmal herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kochi und wir spielen Wiko auf der Xbox One. Haben wir zum weiteren Kern gefunden. Mal gucken, ob jetzt die zwei Gegner da sind. Dann können wir die noch mal ein bisschen machen. Wir sind auf jeden Fall welche da, oder? Doch. Nein, das war ja. Gut, ansonsten gibt es jetzt nicht, weil ich wollte mich ja nicht allzu weit davon entfernen, von unserem Quarter, da ich einmal der Zeiten sehr lang sind, finde ich. Und dass wir Meg noch aufwerten können, denn da haben wir zwei Teile gefunden, oder wir haben die produziert und die möchte ich gerne einsetzen, bevor wir uns wieder auf den Weg machen, um die große weite Welt zu erkunden. Gucken wir mal dahinter, hier war ein Riesenmonster, es hat ein bisschen gedauert. Aber, geschafft. Na komm, lass mich mal suchen. Oh, hat er es gefunden. Schön. Zum Beispiel abgenutzt ist, wir brauchen die robusten Teile, aber gut. Wenigstens was. Oh, er hat wieder etwas gefunden. Das ist ein Weg, in das er buddeln kann. Hat er es gefunden und... Schön. Hat es damit zu suchen, dass wir ihn... ...neue Teile verbaut haben, dass er jetzt mehr findet? Schön, da freue ich mich. Na, hat er was? Nein, hat nichts. Gucken wir mal kurz da hinten, ich dachte, da hinten hat er was gefunden. Nein, auch nichts. Gut. Ja, soweit nichts gefunden. Gucken wir mal kurz dahinter. Wir finden bestimmt noch jemanden, der das da aufmachen kann. Auch nichts. Da hinten könnte es auch sein, dass wir dafür gemacht haben, was zu verstecken. Los, Max, such! Na? Okay. Ja, jetzt haben wir noch den... ...Self zum Ende hochklettern und da gehen wir mal dort rein und kochen uns da noch ein bisschen um. Gegner-Technisch läuft er jetzt nicht so das große rum. Gibt da auch nicht ganz so viel EP. Aber da gehst du auch noch ein bisschen langer langer. Da reisen wir zurück zum Crawler und... ...danach gehen wir dahin, wo wir eigentlich wollen, zum E-Tor. So, ihr lebt es wieder. Gut, lange. Schade, ich habe es auch schon mal aufgemacht, aber jedes Mal. Wir finden es von neuem. Tauert genauso lange. Jetzt kommt das Bild. Da sind wir. Und das Lied. Jetzt ist es bei den großen Gegner aufgefallen, also bei den gelben. Das ist manchmal doch lange gebraucht, bis es, wie das sie hat, hat er ganz schön verzögert. Gesundes Muster müssen wir noch finden. So, was steht da? Ach ja, richtig. Neue Stadtmischung. Da haben wir auch noch so eine Ausführung. Das mit der Zeit. Ich weiß, ob wir alles mit einmal schaffen müssen. Oder dann, gut, wir könnten das eine versuchen, wenn das nicht klappt, machen wir ein anderes. Das mit den roten Toren abschießen und mit den gelben, das kann man da ein machen und das andere mit einer Zeit später. Ja, hier sind wir wieder hier, der Stabilon und schauen uns hier noch ein bisschen um. Hier gab es bestimmt noch was, wo wir hoch können. Muss ich erst mal ein bisschen um, da ich jetzt nicht genau weiß, wo, aber machen wir schon. Hier oben waren wir schon mal da, da haben wir es gekämpft und ich guck noch mal hin, ob es dann noch... Und... Und... Schön. Oh, noch einer. Und es war er. Geht manchmal so schnell. Kann man noch ein bisschen suchen lassen. Und... Sieht nicht so aus. Na... Ist es gefunden. So, hier oben ist nichts, außer wieder das. Dann müssen wir noch mal alles abgreifen, wenn wir uns dann haben, der es öffnen kann. Eigentlich war es gut, wenn wir uns einfach mal durchrennen, die ganzen freundlichen Bots sammeln und das dann noch mal richtig machen. Aber wir wollen ja ein bisschen weiterkommen. Ist hier oben? Nee, aber bestimmt auch schon mal. Genau, da waren wir auch schon mal. Hier oben waren wir auch schon mal so ins Weg. Wir sind ja da rübergekommen. Das war nur ein Einzelner, der ist kein Problem. Auch der ist kein Problem und somit dauert es extrem lange, bis wir da mal ein Level Up für mehr kriegen. Hm, ging es noch irgendwo rein? Ich bin mir nicht sicher. Hm. Das ist auch wieder was. Aber es ist ja kein Problem, die wirken ja ganz leicht. Ah. Oh. So. So. Das ist ja ein bisschen hoch. Und da ist es los, wir aushlen das Terraforming machen und das zu gucken, wie es weitergeht. Ok, da kommen wir auf die Küste und wir müssen wir auch wieder hochkommen. und es wird weiter weg das weiß ich bin und davor war vielleicht gerne eine seite versuchen so so was mich oben ist auch immer was können was kannst du sein ich habe es nicht gesehen ich kann natürlich sagen wo es ist wie diese feindseligen kernwort ok 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 da ist was dort ist was ein bestimmte diese da ich bin jetzt nach dort oder nach da was sagt ihr ok gut könnte ich viel sagen ist einfach hier die ist runter komm ich jetzt hier raus ja hier komme ich raus und das waren sie ok die gegner bringen uns auch nicht wirklich weiter aber klein viel macht ja auch ist nämlich das einfach somit kommen wir hier hoch nachher kommen nur runter wir kommen nicht nur unter keine möglichkeit da können wir hochkommen da kommen wir von da ja wir kommen von da gut da sind wir rumgesprungen hier gibt es nicht da müssen wieder da hochkommen und da hinten könnte noch was sein dass wir suchen nein nix gut wo man die anderen her ich habe die augen kaputt machen könnten so sind wir hier das ist meck gegen die blauen beinchen so da hoch können wir nicht da kommen wir kommen jetzt eigentlich hoch könnten wir gucken da aber ich bin mir nicht sicher ob ich das schaffen nein so bestimmt nicht hier hat es wieder eine länge herum zu springen geben so müssen wir erstmal gucken und da fehlt ein bisschen sprungkraft so versuche ich noch mal nach hier aber das ist genau das gleiche und da fehlt was ein bisschen was fehlt da da kommen wir nicht ganz so hoch deswegen schauen wir uns mal woanders und zwar klettern wir nach das sieht schon besser aus so haben wir das geschafft und dann mal gucken das müssten wir nach ja genau und jetzt weiß ich nicht ganz wie es weiter geht und ich würde sagen nach dort aber ich glaube nicht dass wir das schaffen da hätten sein geschafft freut mich aber kann auch diese kristin kaputt machen das ist noch alles was mir so über den weg läuft hier können wir leicht hoch hier können wir leicht rüber aber habt ja das ding hier vergessen was bist du denn hin und her rennen da hoch kommen wir da hoch was bei dir kommen wir mal kurz hier sind vorher runter gesprungen und da oben ist bestimmt auch noch was das wird nix wir werden fallen aber wir tun zum glück nicht allzu viel das geht aber auch da können wir mal runter fallen geht es hier rein nein geht es nicht und schön wir haben gegenseitig schlinge so auch geschafft und das auch wieder ein das magische klantrenner heißt ja so den auch kurz gemacht auf x eingesammelt und da haben wir den nächsten grund die nummer 12 hier wirklich keine große herausforderung aber es hat ohne es erfolgt nicht viel sinn gemacht hier lang zu gehen damit er nicht wirklich hochkommen das ist ein bisschen weit dass wir könnten das ganz gut schaffen alles kann ich kann nicht rein und das wieder viel zu weit so auf den auf den tor schaffen das war zum schluss wenn wir raus gehen es gibt ja nur diesen einen weg und an die stelle hoch irgendwie da hoch irgendwie anders wo gehen wir da am besten ja bitte fällt runter schade sei es runter fällt wo ich daneben stehe jetzt ist hier die verbrennung verbrenner was für ein hartnäckiger gegner ist er jetzt mehr tot gelb war es schön hier hätten wir schön üben können ok da sind jetzt musste gefunden sehr schön und hier sind wir hier ok da sind gesundheitsbewusst in der runde was machen haha hat sich getroffen mal Ganz knapp. oder so wieder nervenfeilen das spiel weil es nicht so gelingt wie es eigentlich sollte die bus die nämlich gerne mit dann schaffen weil ich leider auch die kisten dürfen möchte aber dazu müssen wir halt dass da auch schaffen so das komische viel ist weg ok hier komme ich nicht dran ich weiß immer ja die strahlung kommt da auf einmal schade dass es nicht geklappt hat jetzt geht das wieder knapp eine minute haben ein bisschen zeit wieder das geschehen zu analysieren und ich weiß nicht wo ich dann weitergeben soll ich konnte wieder die runde rum und dann sind wir da wo wir quasi angefangen haben bringt uns also auch nicht weiter haben zwar den gesundheitsbooster aber dass wir eigentlich wollten nicht gucken wie viel jetzt hat es hat nicht mehr allzu viel gefehlt bis er wieder da gewesen ist also bis zum nächsten level ab war fast da so musik ist weg man dauert jetzt geht es auch los mal gucken wo wir sind und wir sind hier schön haben noch ein bisschen zeit uns das anzugucken wir kommen dann von dort und ich weiß nicht wie ich danach da kommen soll da fehlt irgendwas andere richtung ich weiß nicht wie ich auf den turm kommen soll um das tat zu versuchen das ist viel zu hoch wir versuchen und wenn nicht dann gehen wir erst mal so weiter und versuchen das noch mal später ich lass mich jetzt mal da habe ich mal dieses komische kleine viel und damit tue ich mich echt schwer so kommt einer da oben auch strahlung deswegen nicht da hoch gehen schön wir haben schon mal gesundheit und ja dann haben wir erst mal aufgeladen ok hier geht es erst mal nicht weiter also suchen wir uns noch mal genau anders dann schauen wir kurz nach wo wie viel noch braucht davon brauchen wir echt nicht mehr viel wir haben es gleich geschafft das brauchen und gegner wir haben 50 kamera gefahren mit gab wieder erfolg da kam rein lang schön mal noch ein bisschen gucken hier ist eine kiste die wir schon wieder öffnen wenn sie versteckt ist dann hat das bestimmt mal schauen was wir finden ein kopf für mac gelbe jetzt haben wir schon neun ich weiß gar nicht ob wir ihn nutzen können möchten wollen stufe 5 sei das eigentlich kein großes problem sein und und machen wir es halt so gut erst der pylon davon ist noch ein gegner der ist blau und blau ist links trete so einer seine runden ich weiß was ich erst mal hier war da war das noch ein spannender kampf so so level 15 geschafft so ein bisschen aber so 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 machen wir es so um euch klar zu versparen ich reise zurück zum kohler rüste max mit seinen neuen sacken auf weiß ich brauche ihn an und wir sehen uns dann wieder wenn es zum nächsten zum eben darum geht ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit hoffe es hat euch gefallen das gerne gerne kommentieren und abonnieren wir freuen diesen sinne bis nächstes mal koti bei